19 Uhr, Saarlouis, Großer Markt. Wie zu befürchten war, wenig Demonstranten. Zur Zeit sind wir etwa 30 Personen und 12 Polizeibeamte. Der Lautsprecherwagen ist heute natürlich nicht mehr dabei. So, es ist kurz nach 19 Uhr, wir nähern uns der magischen 50 Personen Grenze. Saarlouis, Montagsspaziergang mit knapp 100 Menschen, es ist schweinekalt, der Wind bläst, wir gehen trotzdem. Musik 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 So, wir haben eine Zählung, es sind 125 Teilnehmer am Spaziergang in Salui. So, wir haben eine Zählung, es ist eine Zählung, es ist eine Zählung. So, wir haben eine Zählung, es ist eine Zählung, es ist eine Zählung, es ist eine Zählung. Für die Freiheit auf die Straße! Für die Freiheit auf die Straße! Wir ernähren uns der Kürme! So, wir haben eine Zählung! Über die Kürme! Ganz unerwartet! So, wir haben eine Zählung! So, wir haben es gewesen! So, wir haben eine Zählung, es ist eine Zählung, es ist eine Zählung! So, wir haben eine Zählung, es ist eine Zählung!